Dann hab ich realisiert nur, dass Maggie Twitter ist, okay, Schakal, dann lass uns jetzt zusammenspielen. Seitdem Twitch... Seitdem der erste Twitch-Partner geworden ist und danach Millionär, hat er komplett den Bezug zu Geld verloren. Wie wär's denn, wenn du mich mal am Arsch läckst? Junge, du bist so ein Troll, ne? So, okay, Leute, wir sind jetzt Evil Gesser. Wir sind Evil Gesser. So, das bedeutet, wir werden jetzt ein wenig hier das eine oder andere 500 IQ Play bringen. Einer ist im Wind. Einer ist halt im Wind. Na, man kann jetzt eigentlich viele rausnehmen, die man sieht. Einer ist im Wind. Tim Franzi, Tim Franzi Oberbeier Katze, Tim Franzi Oberbeier Katze, Tim Franzi Oberbeier Katze, Tim Franzi Oberbeier Katze, Jeff Schelinese, Tim Franzi Ellie, Ellie, Tim, Tim Franzi Oberbeier Katze. Bayer, Katze, Jeff, Shelley, Vlesk, 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 Smeggy. Ja, wir haben gleich den Ingenieur, ne? Wir haben gleich den Ingenieur. Wir haben gleich den Ingenieur. Julie haben wir nicht gesehen. Julie. Julie haben wir nicht gesehen. Ja, Wunder. Julie ist Vulture. Sie hat vor mir gefällt. Der Böse. Julie haben wir nicht gesehen. Nee, weil ich hatte auch... Also wir können es noch drin lassen, aber trotzdem. Okay. Kann mal jemand... Wird wir frohbar gemacht? Danke. Was? Warum? Nee, da war aber nix. Hä? What? Ja, jetzt legt Vlesk wieder los, ne? Was ist Voldemort? War Voldemort vielleicht nice gestern? Nein, 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 nein. Das würde irgendwie keinen Sinn ergeben. Ich bin mir erforscht, dass Voldemort vielleicht Ingenieur oder so war. Irgendwo im Vendt saß. Das bin ich noch nie gesehen, natürlich. Ich habe tatsächlich ein Elektrokill bei der Vendtast den Sound bekommen, aber keiner rausgesprungen. Deswegen dachte ich, dass der Kill, der gefressen worden ist, wahrscheinlich auf dem Vendt passiert ist oder so. Also aus dem Vendt gefischt. Also ich würde jetzt irgendwie darauf tippen, Julie war Nice-Esser. Walscher. Ne, Walscher. Ach so, die Walscher. Sie hat doch gegessen. Ne, sie war Walscher. Also sie ist vor mir, äh, ist fein Katze irgendwo umgeflogen. Ah, okay. Also ich bin nach unten gelaufen, ich habe einen Report gehabt, der ist in Electrical umgefallen. Der Chef konnte den Kill auch nicht sein. Julie kam an und hat gefressen. Ah, okay. Wo ist der Kill überhaupt gewesen? Ich weiß. Äh, unter dir, also unter uns, beim Eingang von Electrical da. Okay, ich brauche auch ganz kurz eure Hilfe. Ich war am Anfang der Runde AFK und deswegen bin ich wahrscheinlich gewitcht. Habt ihr irgendwen gesehen, der irgendwie als letztes da hochgelaufen ist? Voldemort hat gesagt, Oberbayern soll mit dem Vendt. Ich glaube Oberbayern. Shady stand auf dem Mad-Base-Scan mit mir und Smaggy. Sehr lange. Smaggy sagt auch gar nichts. Hä, diese Runde? Ja, ganz am Smaggy ist ein Kind. Also Franzi... Nein, ich stand nicht auf dem Mad-Base-Scan. Ich würde sagen, Franzi stand da vor uns mit dem Horus, dann habe ich mich draufgestellt und dann kamst du Oberbayern. Ich habe Shady da nicht gesehen. Ich stand mich auf dem Mad-Base-Scan. Ich bin nämlich... Aber Oberbayern kann es das Telly auch nicht gewesen sein, weil ich habe dich gehandcufft. Okay, Smaggy ist die Witch. 3, 2, 1! Hä? Nein, Tim! Nein! Du warst doch selber da! Können wir... Das war gut, das war gut. Das war gut, ja. Das ist falsch. Jetzt baut mir ihn trotzdem raus. Das ist falsch, ich bin Shifter, ja, Sorge-Frisk. B, du hast mich geschifft. Der Koltus auch noch am Ende. Oh nein! So schlecht. Oh no! Ja, das könnte aber ein Bait sein, ne? Das könnte ein Bait sein. Also wir haben... Ey, ihr müsst euch das immer überlegen. Wie viele sind, glaube ich, jetzt fünf oder sechs Leute gestorben? In der ersten Runde. Das ist halt ultra viel. Ja, also eigentlich ist das jetzt ein Free Win. Eigentlich ist das ein Free Win. Ja, die hat hat leider gesehen. Die hat hat leider gesehen. Musste die leider killen. Die hat hat leider gesehen. Musste die leider killen. Also da oben liegt ne Leiche. Ähm, what happened? GG. Wo oben? Äh, in, äh, was war dat denn? Hier, wie heißt der Raum? Labor da, ne? Zwischen Labor und Reaktor. Das ist, äh, ich glaube die Runde zu sein. Smeggy, bist du Arsonist? Ne. Was ist das? Hattest du ihn da? Ich hatte mega Sinn. Ich hab meine Tasks fertig. Du kannst die Witch nicht sein, aber ich hatte irgendwie Party. Gut. Äh, ich wollte einfach nur so ein bisschen den Leuten ein unwohles Gefühl, äh, verbreiten. Ja, ich hab meine Tasks fertig. Ich hab meine Tasks fertig. Ja, ja, ich hab Panik erst, weil das so an mir dran stand. War ja nicht so richtig gerne mit dir rumrügeln, Elli. Alles gut? Ja, sehr gerne. Ähm. Ja, gut. Wer ist das? Also, ich war, ich war im, äh, Start. Les, du hast nicht mich gewotet, oder? Wo liegt denn die Leiche? Habe gewotet. Reaktor. Oder, oder Lab? Ich weiß nicht. Schätze? Ne, äh, die Tür ging auf und dann hattet ihr keinen Report-Button? Ne. Die waren an der Türschwelle. Achso. Achso. Ja, wenn man reinläuft, trägt der Button. Ja. Ich hab die Leere gewotet, vielleicht von Oscar, dass die Runde schon vorbei ist. Außer, Jackal hat einen Poster getötet, aber... Ja, wen votet ihr? Ich würd sagen Elli. Wieso mich? Weil du tatsächlich... Ich war gerade in Storage. Ich war nicht mal im Linkstern. Ja, aber mir haben zwei Leute gezeigt, dass sie wenden können. Was sehr verwirrend war. Und ich hab dich wenden sehen. Hä? Dass sie mich wenden sehen? Ja. Ich hab nicht gewendet. Ja, aber sowas hast sie, Elli. Also, du hast einen Nachfeln in den Augen, Kollege. Mensch, Mensch. Ich vertraue dir, glaub ich, Smeggy, wenn du kein Arzt und Mist bist. Nein, trotzdem nicht. Und wir haben auch gesehen, dass ich nach rechts unten gelaufen bin. Ich war zu keiner Zeit im Reaktor. Ja. Doch, die ist gewendet. Ja, es muss Elli sein, ne? Ganz klar. Ich bin verrückt. Elli. Ihr seid doch sowas von deinem Team. Ne. Ne, ne. Ja, ja. Ja, ja. Du bist eine Brille gebotet. Elli, du bist es, ne? Was? Ganz klar, an der Stelle. Das kann doch aber gar nicht sein. Oh! Oh! Du schifftest mich. Du schifftest mich. Du schifftest mich. Du schifftest mich. Das ist eine Sache. Du tötest mich doch. Das Tercer, das nicht gemerkt hat, war, war ein bisschen glücklich. Ja, ja. Du sagst, du schifftest mich. Du schifftest mich, bevor du raus fliegst. Ähm. Wenn ich da einfach raus gehst. Ja, also klar hab ich das gemerkt, ne? Aber... Klar hab ich das gemerkt. Aber das kann natürlich auch übel der Bait sein, ne? Das war mir jetzt so riskant. Das war jetzt Elli eher als Schakal, weil Flask, der geschifftet wurde und Smiggy für mich als Arsenal ist wahnsinnig. Ich war's ja nicht glücklich. Der erste Smiggy und ich, wir konnten uns gegenseitig rausnehmen in der ersten Runde. Elli hatte ich gehandkauft. Sprich, einzige Post, der safe war, Bibi. Ich dachte, das war klar. Gut, dass du nix gesagt hast. Also ich... In dem Meeting einfach nur... Durch dieses eine Meeting wären eigentlich fünf Leute gestorben. Yumi. Dann Voldemort. Das war so geil. Alles tot gewesen. Dann Shifter-Ding. Dann Flask. Dann ich und so. Das war echt krass, ja. Ja. Ich war auch tot übrigens. Ja. Weil wir die Wulcher nicht rausgeworfen haben. Ich hab dich gewünscht. Geil. Terz, wo hast du mich im Band gesehen? Ich hab alle anderen nicht im Band gesehen. Außer dich und Juli. Und Juli war ja Wulcher, ne? Viel Spaß. Viel Spaß. Und dann war klar, du musst Ingenieur sein.